Herzlich Willkommen liebe Leute zu dem kleinen Video. Das ist eine kleine Ankündigung, denn die Stockdowns haben ein neues Turnier für uns vorbereitet und wollen euch hier die Infos geben, wann, was, wie und wo das dann finden wird. Ja. Genau. Also wir planen ein Splatoon 2 Turnier zu machen. Hatten wir das schon mal gemacht, weißt du, glaube es war ja auch sehr lustig. Bestimmt. Ja gut, eins war jetzt ein bisschen missraten, aber das erste war Bombe, Bombe. Richtig. Und damit jetzt wieder viele Leute kommen, kundigen wir es einfach jetzt an, denn wir wollen es im Februar machen, nämlich am 2. Februar, das ist ein Samstag, auf den 3. Februar hin und da planen wir nicht ganz grob, dass wir das Turnier irgendwie so entbiegen, dass wir in den 3. quasi rein Splatoon sozusagen. Streamen, genau. Und dann direkt übergehen am 3. in meinen Geburtstag Streamen, also nicht von mir, sondern von meinem YouTube-Sandal, weil der nämlich am 3. oder 2. drei Jahre alt wird. Dazu aber mal ein anderer Video mehr. Nun zum Turnier. Das Truckdowns ist dann nämlich da das große Teil so organisiert, weshalb, das würde ich sagen, dass du jetzt einfach mal sagst, was du dir so gedacht hast im Turnier. Also, es wird wieder auf 2 vs. 2 hinausgehen. Diesmal wird allerdings Turmkommando gespielt. Die letzten zwei Turniere hatten wir ja Herrschaft und Revierkampf. Dann, diesmal werden alle Waffen erlaubt sein an sich. Allerdings möchte ich dafür keine Leute mit zwei Reihen X in ein Team sehen. Zusätzlich werden die Gewinner dieses Turniers gegen die Gewinner des letzten Turniers bzw. gegen Lonomo und mich antreten und werden der Endgegner des nächsten Turniers. Anmelden könnt ihr euch bei mir per Discord.dm bis zum 01.02.2019 um 23.59 Uhr. Genau. Ach, soll werden es viele Leute finden, die mitmachen, ähm, wollen. Macht's einfach selbst mit, wenn ihr Bock habt. Habt's irgendwelche Freunden, alle können mitmachen. Alles zur Voraussetzung ist, ihr solltet halt meinen Kanal abonniert haben. Ähm, aber ich danke mal, das habt ihr eh. Und ja, ganz ehrlich, ich kann das eh schlecht überprüfen, also. Zumindest einer im Team. Ja. Also, sollte ich nicht irgendwie jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, jetzt so 50 Leute eintragen, die alle irgendwie überhaupt nichts mit Gamma Quads zu tun haben. Aber das passiert ja eh nicht. Ging auch, ne. Ähm, wird bestimmt ganz lustig. Es wird auch wieder Preise geben. Werd ich schauen, dass da was organisiert bekommen. Kleinigkeiten, so für den Gewinner. Ja. Und ich plan, plan ab jetzt tatsächlich, irgendwie, dass wir jeden Anfang von Monaten ein Turnier machen werden. So abwechselnd mal Spear-Touren, mal das Mess-Prost bei Marocard, mal Arms. Es gibt ja so viele, dass Spieler eigentlich so ein Turnier machen kann. Ging auch. Jetzt geht's eben los, ähm, zweiten. Zweiten? Ging auch. Ja, zweiter, ja. Zweiter, zweiter. So, mit dem Spear-Touren-Turnier. Ging auch. Hast du noch irgendwas zu sagen, Destructor, oder alles klar soweit? Nö, von mir aus war's das. Ging auch. Bei Fragen einfach an Destructor melden, ist, ähm, über den Discord. Und, genau. Hast du gesagt, du was anmelden kannst? Äh, ja, wie gesagt, äh, einfach bei mir per Discord DM. Ging auch. Den Tag, den ihr braucht, den tu es in die Videobeschreibung rein, dann könnt ihr ihn anschreiben, falls ihr den Tag nicht habt. Ähm, und sonst, falls es irgendwie nicht funktioniert, was auch immer, konnte es auch am besten wenden und ich leite es dann weiter. Das wird auch gehen. Also, dann, ne, wisst beseit, merkt uns das im Kalender vor. Zweiter, zweiter, das nächste Spear-Touren-Turnier ist gepreise zu gewinnen. Dann sage ich Dank für's Hussauen, freu' mich schon, ja, und ciao. Ciao.